Boah, es ist jetzt 8 Uhr morgens. Wir sind auf dem Weg nach Köln und zum Leistungstest, ja, also das heißt, jetzt geht's los, das Projekt rund um Österreich und nächstes Jahr Race Across America, Viererteam, geht los. Auf geht die Post. So, wir sind jetzt angekommen hier in Köln. Schönen Grüßen hier, seht ihr euch immer? Okay, so, jetzt geht's weiter. Wir gehen jetzt hier, wo bin ich denn? Da bin ich da. Mann, muss ich mir erst mal wieder an die Kamera gewöhnen. Ja, wir sind jetzt bei Steps. Ich mache mal einen Schwenk. So, das sind jetzt die heiligen Folterhallen hier in Köln. Ich weiß nicht, wie viel Liter Blut und Schweiß und was nicht alles ich hier schon gelassen habe. Ja, also, heute ist Start von unserem Projekt. Ja, müsst ihr nicht die ganze Zeit das Zeug da sehen. So, wo bin ich? Also, heute Start vom Projekt. Ihr seht, die beiden sind voll motiviert. Also, wir werden sehen, wir werden sehen, was passiert. So, das Testament wird geschrieben. Die sind sehr fest geeignet. So, und, wie fühlt es sich an? Saugut. Noch ist der Test gut, ne? Noch ist der Test total in Ordnung, weil... Was haben wir denn hier? Einmal linkes, einmal rechtes Bein. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Nee. Ah, hier sehen wir mehr. Hier sehen wir mehr. So, was haben wir denn da? 107er Trittfrequenz. 84 Watt, naja. Alles noch entspannt. Die fährt bergab. Die fährt bergab. Immer weiter, immer weiter. Die, 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 die Drücken und ziehen, drücken und ziehen, komm. Drücken und ziehen. Und, wie geht's? Was sind deine ersten Worte? Die Sprachnot. Wow, hey, Sonne, du bist ein bisschen schwarz. Los, komm weiter, du kannst dich zu vergeben. Die schaffst du da. Wirst du 20 Sekunden quälen. Komm, komm weiter, 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 drücken und ziehen, drücken und ziehen, drücken und ziehen. Komm, zieh's durch, zieh's durch. Komm, 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 zwölf Sekunden. Komm weiter, zwölf Sekunden, komm, zwölf Sekunden noch. Drück und zieh, drück und zieh, drück und zieh. Sieben Sekunden, sieben Sekunden. Fünf Sekunden, komm. Drei, zwei, eins, okay. Sehr schön, sehr gerne. Alles in Ordnung? Ich bin gelernte Wirtschaftsprachmarin. So, Leute, ja, der Test ist beendet, ich bin wieder zu Hause und hab mir das Ganze mal angeschaut. Oh Gott, ja, ist es viel zu tun. Also, von daher, das Projekt beginnt, Race Around Austria und dann nächstes Jahr 2019 Race Across America als Team. Ich freue mich und, ja, bleibt dabei, abonniert unseren Kanal und immer eifrig teilen und bei Fragen, hey, schreckt alle Fragen, die ihr habt. Wir machen das Ganze für euch und von daher sagt uns, was ihr braucht, was ihr wollt, was euch interessiert und wir liefern's. Ciao!